Schnurkis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Video. Heute ist Sonntag, hä? Heute ist Sonntag, aber heute ist doch Mittwoch. Ja, aber ich stehe hier Sonntag in der Halle und ihr guckt heute am Mittwoch das Video. Ja, wie denn jetzt? Ah, Spaß beiseite. Nein, es ist jetzt gerade, wo ich das Video drehe, Sonntag und ich habe doch heute meinen großen Shop-Geburtstag und ich habe euch ja einen 20-prozentigen Rabatt-Code geschenkt zu meinem Geburtstag und ihr shoppt wie die Wahnsinnigen. Jetzt gerade bin ich so ein bisschen gefrustet, denn der Server hat schon wieder die Hufe hochgerissen. Ihr hängt wie sonst was in der Leitung und wollt einfach gerne eure Geschenke shoppen und was auch immer und kommt nicht weiter, weil der Server einfach nicht lädt oder die Seite zu langsam lädt und das ist natürlich super frustrierend, nicht nur für euch, auch für mich. So, ich habe aber trotzdem noch ganz viele Bestellungen und da habe ich mir jetzt gerade spontan überlegt, schreit nach einem Einpark-Video. Ich kriege ja öfters Nachrichten, Tini, wann gibt es denn wieder mal ein Einpark-Video auf YouTube und tatsächlich komme ich irgendwie immer nicht dazu. Das ist so krass, wirklich, man denkt immer so, ja, aber du kannst auch mal die Bestellung mitfilmen, aber wenn wir zu dritt sind, dann stehen zwei und packen hier ein und ich sitze dann und drucketiketten oder ich packe ein und das ist immer so eine laute Geräuschkulisse und dann kann ich mich manchmal auch nicht konzentrieren und ja, das ist verrückt, aber es ist so. Aber umso mehr könnt ihr euch jetzt freuen. Jetzt wird wieder richtig fleißig eingepackt. Vorab erstmal Dankeschön für euren krassen Support und dass ihr auch diese Rabattaktion so nutzt, das freut mich sehr, weil dann habt ihr was davon, ich habe was davon und wir machen uns so gegenseitig eine kleine Freude. Ich habe was davon in dem Sinne, dass ich immer wieder ein bisschen Platz im Lager habe, dass hier einiges rausgeht und ich wieder Platz schaffen kann für neue Ware. So, Friederike hat bestellt und sie bekommt einmal das Candy-Bild. Außerdem noch einmal das Vierer-Set Mini-Notizbücher. Wat ein Übergang eben, ey, ich werde hier noch zum Profifilmer. So, dann hat sie sich noch einmal den Traumfänger ausgesucht. Der ist so wunderschön, ich habe es immer noch nicht geschafft, euch das Ding mal abzufotografieren und in den Shop zu stellen. Der ist fertig gepenntet bei mir zu Hause, hängt er. Einfach an der Anbauwand, aber ich komme nicht dazu. Anbauwand ist ja auch ein... Das ist ja eigentlich gar keine Anbauwand, das ist ein Sideboard. Nee, ein Sideboard ist es auch nicht. Egal, keine Ahnung. Mich schrank halt. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Das ist verrückt. Dann brauchen wir noch einmal eine Blankoleinwand und zwar das Motiv mit den Palmen und die süßen Christmas-Untersetzer. Die habe ich euch im letzten Tagebuch ja schon gezeigt. Da habe ich euch gezeigt, wie ich sie versiegelt habe und die sind wirklich sehr beliebt bei euch. Das freut mich sehr. So, dann brauchen wir einen Karton. Den habe ich hier vorne. Da kann ich gleich mal ein paar mehr mitnehmen. Den brauche ich sowieso immer öfter. Bzzzt. So, das kommt hier einmal alles rein. Zack. So, Blankoleinwand und das Vierer-Set. Wunderbar. Flyer noch dazu und ein Gratis-Mini-Squishy. So, und übrigens, ähm, wahrscheinlich, wenn ihr am Mittwoch das Video seht, könnte es sein, dass die Geschenkstifte ausverkauft sind. Nee, nicht ausverkauft, sondern einfach aus sind. Das ist jetzt der Rest. Und wenn die alle sind, dann geht es mit dem süßen kleinen Kneti-Igel weiter. Wenn ihr also dann den Rabattgut Geschenk einlöst, ab einem Warnwert von 50 Euro, dann gibt es den Kneti-Igel, Igel, 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 obendrauf. Genau, nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Und nicht, das heißt, ich wolle meinen Stift. Nur solange der Vorrat reicht. Ja, aber zurück zu Friederikes Bestellung. Ich sage lieben Dank für deine Bestellung. Doppelt gemoppelt. Diese Bestellung ist für Lisa Marie. Sie bekommt einmal den Cover meiner Glitzermäuschen und ein, ich war da, Wachsmakaron. Außerdem noch das AB-Steine-Spezialbild mit der Glitzerfee. Dafür brauchen wir meinen Lieblingskarton. Der ist einfach so toll. Ich liebe den so. Warum? Weil man für diesen Karton kein zusätzliches Klebeband braucht, sondern wenn man ihn einfach so faltet, zuklebt und zack, einmal alles reinmacht. Ich wollte gerade sagen, reinschmeißen, aber das mache ich ja nicht. Ich lege die Sachen ja rein. Et voilà, alles drin. Dann kommen da noch die Flyer oben drauf. So, noch ein gratis Mini-Squishy. Und dann geht das mit einer Hand. Auch so geil. Und zack, zugeklebt. Lisa Marie, lieben Dank für deine Bestellung. Marion hat sich auch Coverminder ausgesucht. Und ich muss sagen, die laufen wirklich sowas von mega, mega gut. Und ich freue mich auch, dass ihr die ganzen Coverminder nachbestellt, obwohl ihr schon längst die Bilder habt. Das ist wirklich cool. So, Marion nimmt noch einmal das Strasssteine-Spezialbild mit der Faunfeder. Da brauchen wir diesen Karton. Und auch rein damit. So. Flyer dazu. Liebe Marion, herzlichen Dank für deine Bestellung. Elisabeth hat sich Sachen ausgesucht. Die habe ich hier schon mal zusammengesammelt. Da muss ich jetzt erstmal kurz den Karton zusammenkleben. Und dann packen wir das alles einmal ein. Die liebe Elisabeth hat sich einmal das Cupcake-Bild ausgesucht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich am besten stapel. Außerdem noch die Aufbewahrungstaschen mit den Tierbabys. Einmal den Steinchenroller. Einen Trichter. Die süßen Hängerchen mit den Vögeln. So, dann haben wir Weihnachtskränze. Einmal das Regentier. Einmal den süßen Schneemann. Zack. Und mein absoluter Lieblingskranz, der Unicorn-Kranz. Ich liebe den so sehr, aber das wisst ihr mittlerweile auch schon alle. Der ist so wunderschön. So, gut. Rein damit. Genug geschmachtet. Dazu kommt noch einmal der Cutterstift in rosa. Und passend zum Bild noch der Cupcake-Coverminder. Schön, schön, schön. Es ist auch immer wieder spannend zu sehen, was ihr so zusammen bestellt. Und wie die verschiedenen Warenkörper aussehen. Also ich liebe es. So, dann suchen wir noch einmal einen gratis Mini-Squishy raus. Da haben wir hier einmal die Weintrauben. Rein damit. Und ich sage lieben Dank für deine Bestellung, Elisabeth. Für Angela schnappen wir uns einmal hier einen Karton und einmal das Candy-Bild. Das können wir schon einmal einpacken. Zack. Und dann gehen noch die süßen Katzen-Anhänger dazu. Das sind die kleinen Kumpels hier. Habe ich auch schon mal gepaintet. Richtig niedlich. Übrigens, ich habe ja vor, dieses Jahr meinen Weihnachtsbaum mit Diamond Paint den Schlüsselanhängern zu schmücken. Kam ich gerade nicht drauf. Ja, da habe ich schon einige zusammen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr hübsch aussehen. So, rein damit. Und jetzt, Flyer noch dazu und ein gratis Mini-Squishy. Zack. Und Angela, auch dir vielen Dank für deine Bestellung. Benjamins Bestellung freut mich auch ganz doll. Natürlich freuen mich alle Bestellungen. Aber gerade heute freut es mich extrem, wenn ihr ganz viele Bilder bestellt. Das hat der Benjamin gemacht, beziehungsweise er hat zwei Bilder bestellt. Einmal den Traumfalter und, Moment, die Fantasy Shell. So, und warum freut mich das jetzt so besonders? Weil ich so viel Nachschub an Bildern erwarte und ich jetzt wirklich langsam Platz brauche. Es wird hier langsam schon zu eng in der Halle. Man mag es kaum glauben. Aber deswegen brauche ich dringend wieder Platz. Und ich habe ja auch überlegt, einige Bilder, wenn die aus sind, werden nicht mehr nachbestellt. Also fast alle. Das müssen schon ganz tolle Renner sein. Also Axel Dottel zum Beispiel. Den werde ich wieder ordnen, weil da hängt ja mein Herz dran. Das ist ja wirklich mein kleines Glitzer-Baby. Aber so Sachen wie die Fantasy Shell und die Straß-Spezialbilder und sowas alles. Das wird nicht nochmal neu bestellt. Wenn weg, dann weg. Und das ist einfach dem Platz geschuldet. Ich kann das einfach gar nicht alles lagern. Funktioniert nicht. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass ihr heute auch so, so viele Bilder bestellt habt. Das ist richtig cool. Also Benjamin, da wandern deine Bilder in den Karton und da den Falter, den Traumfalter. Eigentlich will ich den auch noch painten. Ich will so viele Bilder painten, aber ich habe so wenig Zeit. Das ist so ärgerlich. Nun gut. Und so bla bla. Flyer drauf. Unten gratis. Mini-Squishy noch dazu. Benjamin, vielen Dank für deine Bestellung und viel Spaß beim Painten. Ja, und die Bestellungen hören heute auch nicht auf. Ich habe mir heute hier schon Mittag- und Abendbrot von Smilies liefern lassen, weil ich wirklich den kompletten Sonntag heute in der Halle verbringe. Und es macht einfach auch so viel Spaß, dass einpacken. Und, ach, guck mal hier. Da liegt ja noch was rum. Ich habe wieder neue Squishys. Aber noch nicht. Dauert noch. Ist ein Artikel, den ich dann wieder anbiete. Ab einem Warenwert von 50 Euro gibt es dann wieder ein Squishy gratis. Wenn die Stifte alle sind, die ich euch vorhin gezeigt habe, und wenn die Knetigel alle sind, dann kommt irgendwann dieser Kumpel hier ein Spiel. Vielleicht stelle ich ihn vorher schon mal online, so zum So kaufen. Ja, das könnte ich vielleicht machen. Genau, aber ansonsten wird das auch wieder ein Gratis-Produkt. Und ich liebe Squishys. Und ich liebe den Geruch von Squishys. So, wie geht es weiter? Achso, ich wollte eigentlich heute auch live einpacken. Genau, das wollte ich euch noch erzählen. Eigentlich hatte ich den Plan, heute noch einen Livestream zu machen und eure Sachen einzupacken. Aber dadurch, dass der Server nun quasi wieder hops gegangen ist, hätte es sich nicht gelohnt. Ich kann keine Etiketten so richtig ausdrucken. Klar habe ich jetzt ein paar zu liegen, aber die brauche ich fürs Video. Ah, das ist wirklich dann auch frustrierend. Dann seht ihr den Stream und sagt, oh, ich will auch was bestellen. Geht in den Shop, merkt, das läuft ja da gar nicht. Ist ja auch voll langweilig. Ah, das ist wirklich schade. Die Pläne waren groß heute. Die waren wirklich groß. Naja, immerhin habe ich was zu essen. Freue ich mich nachher schon drauf. Leckeres Salat. Hier habe ich schon fast alles weggenascht. Pizza-Brötchen, geil, ne? Geil, geil, geil. Übrigens, keine Werbung, ne? Keine Werbung ist hier. Ich wollte euch nur mein Essen zeigen. Und ich kann euch auch schon mal zeigen, wie sie vorne aussieht. Sieht, aussieht, aussieht. Wir waren schon fleißig heute. Ein paar Kartons kommen jetzt noch mit dazu. Ich habe schon ein paar fertige noch zu stehen. Und die Container mache ich heute auf jeden Fall noch voll. Also ihr könnt ungefähr ahnen, was für ein geiler Tag das heute ist. Wie ihr diese Prozentaktion auch in Anspruch genommen habt. Und mich da weiterhin supportet. Wirklich vielen, vielen Dank. Es ist einfach so, so cool. Den Hobby zum Beruf zu machen. Ich kann euch immer nur noch sagen, es ist so ein geiles Gefühl. Ich bin euch so dankbar. Es ist so geil. Habe ich schon gesagt, dass es geil ist? Es ist einfach geil. So, gut. Wir packen weiter ein. Es ist übrigens auch super möhlig hier noch nach wie vor. Also hier steht auch alles noch kreuzquer gerückt. Weil die Handwerker hier noch drin oder noch nicht durch sind. Wegen unserer Lüftungsanlage. Habe ich auch schon tausendmal erzählt. Da geht auch nichts voran. Und ja, ihr seht hier, das ist wirklich ein Chaos pur. Eigentlich darf man das gar nicht zeigen. Aber mache ich einfach. Ich lasse euch einfach auch mal hinter die Kulissen gucken. Und da sieht es dann eben auch mal so aus. Dann stehen da überall Kartons und Müllsäcke und Packpapier. Und dann sieht das halt auch immer so aus. Und meine kleine Heizung, die mich wärmt. Genauso wie der Ingwertee, der da irgendwo steht. Ja, Chaos, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, nein. Ich bin hier. Ich zeige euch das hier einfach mal. Für Davina packen wir einmal Christmas-Untersätze ein. Ach, übrigens, wer jetzt neu hier bei mir eingeschaltet hat und meinen Shop noch gar nicht so lange kennt und meine ganze Seite, der wundert sich vielleicht, warum da eine Matratze steht. Kann ich euch beantworten. Wir haben ja auch ab und zu mal Kinder hier. Meine zum Beispiel, wenn die krank sind. Oder letztens von meiner Arbeitskollegin, von meiner Packfee, war der Sohn da. Und ja, dann haben wir eine kleine Matratze, haben auch noch ein paar Kissen und Decken. Und dann sind die Kinder da beschäftigt, können sich da hinkuscheln und können einbettkuchen. Oder auch was ausmalen, wie auch immer. Und genau deswegen steht da eine Matratze. So, ähm, Untersetzer haben wir. Dann brauchen wir noch einmal das Bild mit der Faunfeder. Und ein Ergostift in lila. Karton. Und Davina rein damit mit deinen bestellten Sachen. Zack, zack. Wie gesagt, ich würde dir empfehlen, die Untersetzer zu versiegeln. Und hier haben wir noch einmal den Ergostift in lila. Flyer drauf. Oh, das ist mein Lieblings-Quishy, der Apfel. Zack, den packen wir auch noch drauf. Und Davina, ich sag lieben Dank für deine Bestellung. Und so viel zum Thema. Ich freue mich so, wenn ihr Bilder bestellt. Dominique kommt aus. Ist reich. Und hat sich auch ein paar Bilder bestellt. Passt mal auf. Also, wir haben einmal den Traumfalter. Der übrigens so aussieht. Ein Schmetterling in einer Seifenblase. Auf einer schönen Blumenwiese. Ich mache seit neuestem immer so gerne meinen neuen Trick. Passt mal auf. Tada. So schnell kann man einen Karton falten. So, also der Traumfalter wandert einmal in den Karton. Rein damit. Dann kommt da noch die Faunenfeder dazu. Rein damit. Außerdem noch Happy Christmas. Da habe ich leider noch keinen Aufkleber drauf. Und einmal das Sonnenbrillenbild. Eins meiner absoluten Favoriten. Also ich bin ja im Struggle, ob ich als nächstes das hier painter oder das Candybild. Das ist nicht immer leicht, wenn man die Auswahl hat. So, rein damit. Vier neue Bilder für Dominique. Da hast du auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. So, krass, krass. Aber ganz ehrlich, bei dem Rabattcode von 20% hast du alles richtig gemacht. So, Flyer rein. Und ein gratis Squishy oben drauf. Dominique, lieben Dank für deine Bestellung. Und viel Spaß beim Painten. Ich habe mir mal ganz spontan überlegt, ich mache jetzt doch mal so eine kleine, schnelle Einpackrunde, die ich jetzt hier so mit einbaue. Denn ich möchte ja so viele Bestellungen wie möglich zeigen. Und diese hier ist für Carina. Also sie bekommt einmal das Candybild, das Diamond Painting Tagebuch und einmal den Teenie Schnickschnack Kaffee Cup in weiß. Flyer drauf, Squishy drauf, fertig. Carina, danke für deine Bestellung. Für Damaris packe ich einmal den Schneemannständer ein. Einmal die Christmas-Untersetzer. Und ein Glitzerwachsstift in lila. Flyer drauf, Squishy drauf, fertig. Damaris, lieben Dank für deine Bestellung. Sven bekommt einmal den Traumfalter. Das Secret Picture Nr. 16. Einmal den Mausekater. Die Türanhänger mit den Schneemannn. Einmal die Mandala Cat. Und den Tannenbaum mit den nachtleuchtenden Steinen. Flyer, Squishy, fertig. Sven, lieben Dank für deine Bestellung. Das geht hier wirklich wahnsinnig schnell gerade, oder? Nicole hat sich auch einmal die Mandala Cat ausgesucht. Dazu noch ein Stiftekapp in lila. Ein Puschel in rosa. Einmal den Pinsel. Und die süßen Donut-Tier-Anhänger. Ihr seht, super individuell die ganzen Bestellungen. So, Flyer. Und Nicole, ich sage Danke für deine Bestellung. Doreen bekommt einmal das Candy-Bild. Drei Cover-Minder. Einmal den Axel-Dottel. Einmal den Cupcake. Und einmal das Glitzermäuschen. Übrigens, falls jemand nicht weiß, wofür das ist, ihr habt auf euren Bildern immer so eine Schutzfolie obendrauf. Und man macht die ja von Anfang an nie komplett ab, sondern legt sie immer nur so ein Stück frei. Und damit die nicht immer wieder aufs Bild oder auf die klebende Leinwand zurückfällt, nimmt man so einen Cover-Minder quasi zum Beschweren der Schutzfolie. Und dann kann man schön in Ruhe painten. Es ist wirklich, es ist, ich glaube, jeder braucht einen Cover-Minder. So, dann haben wir noch einmal den Einhorn-Kugelschreiber. Ich kam gerade nicht drauf, beziehungsweise den Fein-Liner. Auch noch rein damit. Flyer dazu. Squishy obendrauf. Und liebe Doreen, vielen Dank für deine Bestellung. Andrea kriegt das Strass-Spezial-Bild mit der Faunfeder. Dazu noch einmal den Ergo-Stift mit dem Vintage-Zweig. Außerdem noch das Unicorn-Notizbuch. Und einmal Glue-Tape. Und Glue-Tape, wozu braucht man das denn? Es kann ja manchmal vorkommen, dass kleinere Stellen auf einer Leinwand nicht mehr richtig kleben. Entweder hat man da mit dem Arm so lange draufgelegen oder manchmal passiert es auch, dass einem ein Blatt Papier da drauf fällt und dann frisst sich das ja so in die Leinwand rein. Und da gibt es dann einen Trick. Dann nehmt ihr einfach Glue-Tape, zieht das einmal über die betroffene Stelle und schon könnt ihr wie gewohnt weiterpainten. Praktisch. Super praktische Gadgets kriegt ihr hier bei mir im Shop. Alles, was das Diamond-Painting-Herz begehrt. Andrea, Flyer haue ich dir gleich noch rein. Jetzt habe ich wieder einen Knoten in der Zunge, ey. Also, Flyer haue ich dir gleich noch rein. Und ich sage lieben Dank für deine Bestellung. Und weil mein Knoten in der Zunge immer schlimmer wird, ist das jetzt die letzte Bestellung für dieses Video. Und zwar ist das die Bestellung für Kimberly. Wir haben hier einmal eine Cup of Cup in Weiß und ganz viele Sticker. Einmal die Flamingo-Weihnachts-Sticker, das Zwölfer-Set-Weihnachts-Sticker, dann die Christmas-Animals. Mal immer so umdrehen. Dann haben wir hier einmal die süßen Herbsttierchens. Passt das so? Passt das hier alles noch? Ich glaube, ich brauche einen größeren Karton. So, dann haben wir noch die Rainbow-Unicorns. Voll süß, auch mit so einem Kotze in den Einhorn. Finde ich mega. Und dann wieder im Shop erhältlich, das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt, sind die Geburtstags-Anhänger. Was macht man damit? Tja, die kann man schön painten. Und dann kann man zum Beispiel auf die Rückseite den Namen des Geburtstagskindes schreiben oder wem auch immer man das Geschenk schenken möchte. Das kann man hinten draufschreiben, ein paar Glückwünsche noch und so weiter. Und das finde ich halt sehr süß. Und das kam schon immer sehr gut an bei euch, diese Anhänger. Aber ich mag sie sehr, sehr leiden. Und deswegen habe ich sie wieder mit ins Programm genommen. Also, die sind auch wieder verfügbar. Rein damit. So, Kimberly, ich hole mir nachher noch einen anderen Karton. Flyer und Squishy kriegst du auch noch oben drauf. Ja, ihr Lieben. Also, nochmal. Vielen Dank für euren krassen Support. Und dass ihr diesen Rabattcode so fleißig genutzt habt. Der ist heute natürlich nicht mehr gültig. Also, wenn ihr jetzt in den Shop geht und sagt, hey, Happy 20, ich spare mal 20 Prozent. Der war wirklich nur heute am Sonntag anlässlich meines zweiten Shop-Jubiläums. Und ihr könnt aber weiterhin den Rabattcode Geschenk benutzen. Ab einen Warenwert von 50 Euro gibt es ja da auch immer ein Geschenk oben drauf. Ist vielleicht auch was. Ja, wenn eure Bestellung heute mit dabei war, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lasst. Gerne folgt mir auf Instagram, auf TikTok und auf Facebook. Alles in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr meinen Shop besuchen wollt, den findet ihr unter www.inieschnickschnack.de. In diesem Sinne, ich sag Tschüss.